So, der nächste Punkt wäre gutes Management. Natürlich kannst du dich mit dem Management auch intensiv noch beschäftigen. Ist das Unternehmen vielleicht geführt von dem Gründer noch? Sind das irgendwelche Söldner, die angeheuert wurden? Und, und, und. Aber am Ende des Tages ist es immer schwer, da auch eine belastbare Aussage zu treffen. Bei den Kennzahlen allerdings, wie die wirklich hart mit dem Geld arbeiten des Unternehmens, kann man aber wirklich harte Fakten ableiten, aus meiner Sicht zumindest. Und da wollen wir schauen, wird das Kapital hoch profitabel für die Aktionäre verwaltet? Das heißt, die haben ja den Job, das Geld, was hier verdient wird, eben zu verwenden und damit eben zum Beispiel Investitionen zu tätigen, Schulden zu tilgen oder auch die Aktionäre auszuschütten. Das kann man sich eben anschauen. Dann schauen wir uns an, ob der Fremdkapitalhebel, das heißt die Schulden an sich, nicht zu hoch sind. Da werden auch bei vielen Unternehmen gibt es eben die Situation, dass hier tatsächlich die Schulden extrem hochgefahren wurden, um irgendwelche Dividenden zu zahlen in der Vergangenheit, obwohl die Firma schon kurz vor dem Bankrott lag. Und das kann man sich eben anschauen. Und das ist eben auch für mich ein klares Merkmal von, wie man das Management eben auch bewerten kann. Und natürlich die Politik der Dividenden- und Aktienrückkäufe wäre ebenfalls etwas, was man sich hier anschauen kann. So, und dazu gucken wir uns die sogenannten Kapitalrenditen an. Das heißt, das sagt letztlich nur aus, wie viel Rendite erzielen die mit dem Kapital, was sie zur Verfügung haben. Also entweder das Eigenkapital oder das gesamte investierte Kapital. Da kommen also noch die Schulden und die Guthaben, die auf dem Konto liegen, mit drauf. Da ist ganz wichtig, das ist aus Sicht von Warren Buffett, ich blende es hier nochmal ein, die wichtigste Kennzahl überhaupt, denn hier wird ganz klar ein wichtiges, ja, finanzmathematisches Phänomen abgebildet. Denn man darf nicht vergessen, solche Firmen, die haben auch Kosten für ihr Kapital. Wenn die sich Schulden leihen, müssen die dafür Zinsen zahlen, aber nicht nur die Zinsen, die müssen auch noch Investmentbanken bezahlen, die eben Anleihen auflegen und, und, und. Und weiterhin ist auch das Eigenkapital, was sie verwenden, also das, was die Aktionäre mal reingebracht haben, nicht kostenlos. Und üblicherweise liegen solche Kapitalkosten irgendwo im Bereich zwischen 6 und 10%. Und wenn die Firma es nicht schafft, mehr zu verdienen mit ihrem Kapital, als dieses Kapital gekostet hat, dann kann langfristig das Unternehmen eigentlich nicht mehr wert werden, weil die Kosten eben für das Kapital genauso hoch oder sogar höher sind, als das, was verdient wird. Das heißt, diese ganzen Gewinne, die hier auf dem Papier stehen, die führen nicht dazu, dass hier ein Mehrwert sozusagen, ein finanzieller, geschaffen wird. Deswegen sind die Kapitalrenditen die mit Abstand wichtigste Kennzahl aus meiner Sicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier intensiv genug betont, um dir die Wichtigkeit dieser Kennzahl nochmal darzustellen für Aktionäre. Ansonsten guck dir die Kennzahlen an. Hier ist es so, auf Sicht des Eigenkapitals hat Nike hier im Bereich von 30 bis jetzt 44% im Schnitt, so die letzten Jahre, verdient auf ihr Kapital. Das heißt, jedes Jahr wird auf das Kapital, was die Aktionäre besitzen, in dem Fall hier das Eigenkapital, eine Rendite von 30% aufwärts für die Aktionäre erzielt. Das ist außerordentlich hoch. Also ich würde mal sagen, diese Kennzahl sollte immer über 10% liegen, besser über 15%. Also ich setze hier immer 15% an, weil dann liegt die in der Regel auch über den Kapitalkosten. Da aber Nike hier durch Aktienrückkäufe ein bisschen hier das Eigenkapital, ich sage mal, verfälscht, können wir uns noch das Return on Capital Employed angucken. Das ist eigentlich dasselbe, nur dass noch die Schulden und die Guthaben mit reingerechnet werden. Und da sehen wir, das ist auch viel aussagekräftiger, weil hier liegt das sehr, sehr konstant im Bereich von 25%, sage ich mal. Also sehr stabil und sehr hoch. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Gucken wir mal, wie es bei Adidas aussieht. Da liegen wir also im Bereich von 17% bis 18%, 19%, vielleicht 20%, also etwas niedriger als bei Nike. Das heißt, die scheinen das Geld der Aktionäre besser zu verwalten als Adidas. Und das ist eben auch das, was dazu führt, dass langfristig der Kurs der Nike-Aktie sich besser entwickeln kann als der von der Adidas-Aktie. Trotzdem, wie gesagt, beides solide Unternehmen, die auch hier diesen Mindestmaßstab von, ich sage mal, 15% Rentabilität aufs Kapital hier ganz klar erfüllen. Als nächstes schauen wir uns mal die Schulden an. Auch die habe ich hier in meinem Tool. Ich zeige dir, wie gesagt, auch gleich, wo du das im Internet findest. Und da findest du unter der Verbindlichkeiten-Seite, also wenn du noch nicht so erprobt im Bilanzlesen bist, kein Problem. Ich werde auch demnächst mal ein Video darüber machen, wie man das noch ein bisschen besser und genauer machen kann. Aber im Wesentlichen reicht es, wenn du dir diese Sachen hier anschaust. Guck dir die Finanzschulden an. Also die kurzlaufenden Finanzschulden betragen 471 Millionen und die langfristigen Finanzschulden immerhin 12,2 Milliarden. Also wir sind hier so im Bereich von, ich sage mal, 12,7 Milliarden Dollar Schulden hier für die Nike-Aktie. Und die besitzen aber auch Cash, der in der Höhe von 10,7 Milliarden Schulden vorhanden ist. Das heißt, wir haben hier ungefähr noch 2 Milliarden, 2,7 Milliarden Schulden oder sowas die Ecke. Ich rechne es jetzt nicht genau aus, aber das reicht dir, wenn du hier wirklich eine Hausnummer hast. Und dann guckst du dir mal auf der anderen Seite hier das operative Ergebnis zum Beispiel an. Das heißt, die verdienen jedes Jahr hier im Bereich von 6,7 Milliarden aktuell. Und auch wenn man den Jahresgewinn an sich anschaut nach Steuern, dann sind wir so bei 6 Milliarden. Das heißt, hier an der Stelle wäre es überhaupt kein Problem für Nike. Das sieht sehr solide aus. Die können hier ihre Schulden locker aus diesem Ergebnis hier jederzeit bezahlen. Und weil die Gewinne stabil sind, ist da auch kein Risiko vorhanden. Wenn du jetzt aber hier Riesenschuldenberge siehst, die sehr hoch sind im Verhältnis zu den Einnahmen. Das heißt, ich sage mal Faktor 5 oder größer. Dann ist hier wirklich Vorsicht geboten. Und die Firma, die wird es sehr schwer haben, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und diese Schulden, du darfst ja nicht vergessen, das muss aus den Gewinnen dann irgendwann in den nächsten Jahren mal zurückgezahlt werden. Damit steht das Geld nicht für dich als Aktionär und auch nicht für Investitionen zur Verfügung. Und solche Dinge sind erstmal ein Hauptgrund dafür, warum Investments in die Hose gehen. Denn Firmen können pleite gehen und sich über Jahre hin schlecht entwickeln, weil sie unter ihrer Schuldenlast eben zusammenbrechen. Dann können Dividenden gekürzt werden und und und. Also alles, was hier nicht gut ist, das ist in der Regel auf Schulden auch zurückzuführen. Und von daher, meine Unternehmen, die hoch verschuldet sind, die werden es einfach sehr, sehr schwer haben, in der Zukunft noch weiterhin zu wachsen. Und sind eben auch abhängig vom Fremdkapitalmarkt. Und wenn es mal kriselt an der Börse, dann kann es eben auch sein, dass wie zum Beispiel im Beispiel von General Motors 2009, dass die dann sogar bankrott gehen. Obwohl man das gar nicht gedacht hätte, dass so eine große Firma wie General Motors tatsächlich insolvent gehen kann. Wie gesagt, das kann man noch viel genauer machen und sich noch mehr Dinge hier anschauen. Aber das ist aus meiner Sicht der mit Abstand wichtigste Punkt. Wie sieht die Schulden- und Guthaben-Situation aus im Verhältnis zu den Einnahmen? Guck da einfach mal rein und jetzt zeige ich dir, wo du diese Daten im Internet findest. Da könntest du zum Beispiel auch hier auf TraderFox schauen, was die Kapitalrenditen angeht. Die findest du hier auch. Die haben zum Beispiel hier in ihrem Qualitätscheck hier die Eigenkapitalrendite mit drin. Zwar jetzt nur im aktuellen Jahr, aber auch dafür im Vergleich zum Markt. Das ist auch ganz hilfreich. Also eine sehr gute Seite, die ich dir hier empfehlen kann. Und die Rendite auf das eingesetzte Kapital ist eben genau das, was ich eben dir in der anderen Tabelle auch gezeigt habe. Nämlich das, wenn man noch die Schulden und Guthaben mit berücksichtigt. Und da liegen wir eben hier, wie gesagt, im Bereich von 25%. Und das sind eben die Kennzahlen, die du jetzt hier zum Beispiel finden kannst. Aber wie gesagt, du kannst zum Beispiel auch hier unter diesen Key Ratios auf Morningstar.com nachschauen. Und dann findest du auch hier, hier unten das Return on Equity. Also das ist die Eigenkapitalrendite. Die kannst du hier, wie gesagt, dir anschauen. Und auch das Return on Invested Capital. Das ist genau die Kennzahl, die ich dir eben gesagt habe. Die findest du eben auch hier unter Morningstar.com. Und kannst dir das auch historisch anschauen. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen dieser Branche. Und hast dann eben die Informationen, die du brauchst. Ansonsten ist natürlich interessant, wie das Unternehmen mit dem Geld umgeht. Wie gesagt, schütten die Dividenden aus, machen die Aktienrückkäufe. Und ich habe das hier, zum Beispiel mit den Dividenden, kannst du dir die Ausschüttungsquote anschauen. Das heißt, wie viel Prozent von ihrem Gewinn schütten die aus. Und da ist eben ein Warnsignal da, wenn du dir überhaupt die Dividenden anschauen willst. Für manche oder für viele Anleger sind die ja durchaus interessant. Schau dir einfach an, wie die ihre Dividenden ausschütten. Und immer wenn mehr als, ich sage mal, drei Viertel der Gewinne und Cashflows ausgeschüttet werden, dann würde ich hier eher zur Vorsicht tendieren. Dann bleibt einem einfach kein Geld mehr übrig, um Investitionen zu tätigen, Wachstum zu tätigen. Und eben auch letztlich Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dann ist das Unternehmen eher in der Phase, wo noch die letzten Gewinne oder Gewinne abgeschöpft werden. Und die werden dann alle ausgezahlt. Das ist natürlich schön für Leute, die Dividende haben wollen. Aber viel schöner wäre es natürlich noch, wenn die das Geld für uns mit 25 Prozent, wie in dem Fall von Nike, reinvestieren können jedes Jahr. Und damit wird die Aktie eben jedes Jahr viel mehr wert, als das, was in Dividenden jemals verdient werden kann. Von daher, entscheide selber, ob du ein Dividendenanleger bist. Aber wenn, dann guck dir an, wie gehen die damit um. Und du wirst auch dann sehen, wenn du dir die Aktienrückkäufe anschaust, da kannst du dir ja auch zum Beispiel hier auf Morningstar oder auf anderen Seiten angucken, wie viele Aktien im Umlauf sind. Reduzieren die sich oder werden das mehr? Wenn die sich reduzieren, dann werden hier auf jeden Fall Aktienrückkäufe getätigt. Und das ist sehr positiv für den Investor. Allerdings muss man auch wissen, dass die Aktienrückkäufe immer nur dann sinnvoll sind, wenn der Kaufpreis der Aktien nicht zu hoch ist. Das heißt, das muss man mal so ein bisschen in Frage stellen. Also ganz konkret hier bei Nike zum Beispiel, müsste man sich die Frage stellen, ist das richtig, dass sie das Geld ausschütten an die Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe? Oder sollten die das Geld irgendwie ins Geschäftsmodell reinvestieren? Und da stellt sich eben die Frage, wie soll Nike jetzt, ich sag mal, so viel Geld, was die verdienen, jedes Jahr reinvestieren? Die können ja nicht einfach mehr Schuhe produzieren, wenn die nicht gekauft werden. Das heißt, da ist die Frage, wie soll das funktionieren? Die könnten vielleicht andere Firmen eher dazukaufen, wie sie es ja auch mit den Chucks gemacht haben, der Converse-Marke. Aber das Wachstum ist hier eher schwierig noch, wenn man also investieren will ins Geschäftsmodell. Das gestaltet sich hier tatsächlich etwas schwierig. Deswegen ist es vielleicht auch richtig, dass die hier etwas ausschütten. Das heißt, unterm Strich, schau dir einfach an, schütten die das Geld aus? Wie viel schütten die aus? Und ist das die richtige Entscheidung? Oder wäre es nicht besser, wenn die das Geld für dich reinvestieren? Also Wachstumsfirmen, die zum Beispiel noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, da wäre es fast schon ein Skandal, wenn die Dividenden ausschütten, auch wenn das viele Anleger gerne hätten. Viel besser ist es da, wenn sie das Geld, wie gesagt, reinvestieren und nicht eben ausschütten an die Aktionäre, weil dann musst du das Geld ja reinvestieren und kannst damit in der Regel nicht so viel Geld verdienen wie ein hochprofitables Unternehmen. Das ist einfach nicht möglich. Die können, wenn sie da profitabel wirtschaften, jedes Jahr 20, 30 Prozent auf das Geld verdienen. Das heißt, das vermehren mit diesen Renditen. Und das wird dir sehr schwerfallen, wenn du das als Privatanleger eben umsetzen willst mit einer Dividendenstrategie. Von daher, stell dir immer die Frage, wie gesagt, ist das richtig, dass die Dividenden ausschütten oder nicht ausschütten? Oder sollten die hier etwas anderes tun? Das lässt dir so ein bisschen die Möglichkeit auch offen, das Management dahingehend zu bewerten. Und die solide Bilanz, da hatten wir eben schon kurz, sind wir schon eingestiegen. Das heißt, schau dir die Cashquote an, wie viel Geld haben die auf dem Konto, wie sieht die Gesamtverschuldung aus und auch das Eigenkapital, wie sieht das aus? Das kannst du zum Beispiel hier auch auf Morningstar nachschauen, aber zum Beispiel auch auf so Seiten wie Yahoo Finance. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal 9K aufmachen, dann kannst du hier hingehen unter Financials. Ich glaube, die Seite gibt es aber auch auf Deutsch. Sekunde, ich mache das mal gerade. Genau, jetzt sind wir hier in der deutschen Seite. Da kannst du einfach auf Finanzen gehen und dann gehst du hier auf Bilanz und dann kannst du hier den Cashbestand dir anschauen zu verschiedenen Bilanzstichtagen. Du kannst hier auch auf vierteljährlich gehen, aber in der Bilanz schauen wir eigentlich immer auf den letzten aktuellen Stichtag. Ansonsten siehst du dann auch hier unten unter Verbindlichkeiten, wie es eben aussieht mit den Schulden. Und wenn die Schulden nicht einzeln aufgelistet sind, was manchmal tatsächlich der Fall ist, dann guck entweder die Bilanz des Unternehmens direkt rein oder geh hier auf Statistiken. Da geht eben Yahoo Finance auch hin und rechnet dir die Gesamtverschuldung hier unter Bilanz aus. Dann siehst du hier die Schulden gesamt und kannst hier eben auch diese 12,7 Milliarden, die wir eben gesehen haben, finden und siehst auch den Cashbetrag. Wobei ich sehe gerade, dass wir zu dem Cashbetrag, den wir eben gesehen haben, hier scheinbar auch noch so kurzfristige Anlageinvestments mit reingerechnet haben. Das ist aber nicht schlimm. Also wichtig, wie gesagt, schau dir die Schulden und die Guthaben an und guck dir das zum Beispiel im Verhältnis zum Gewinn und Umsatz an und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wie stark sind die wirklich verschuldet und können die das wirklich zurückzahlen. Als letztes schauen wir uns noch an, ob der Kaufpreis nun angemessen oder nicht. Das heißt, wir haben jetzt ein gutes Unternehmen gefunden, das uns gefällt, wo wir sagen, das ist stabil, da wollen wir investieren langfristig rein. Da ist es ja wichtig, dass wir einen guten Kaufpreis ermitteln. Denn selbst wenn du ein sehr gutes Unternehmen kaufst, wenn du zu viel Geld bezahlst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest nicht so viel Geld verdienen oder geringe Renditen erzielen und du hast auch ein höheres Risiko, was Kursrückgänge angeht. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Microsoft, wirklich ein super Unternehmen, wo ich überhaupt nichts gegen sagen möchte. Allerdings, wenn man sich das mal anschaut, hier im Jahr 2000 gab es natürlich auch Bewertungen, die jenseits von gut und böse waren. Und auch wenn du da natürlich so eine Aktie gekauft hast, dann hat es hier immerhin, ich sag mal, ja, über zehn Jahre gedauert, bis du quasi wieder plus minus null warst. Das heißt, die Bewertung spielt bei jeder Aktie eine Rolle. Du wirst dir keinen Gefallen damit tun, wenn du exorbitant hohe Preise für gute Unternehmen bezahlst. Das heißt, auch hier kommt es ein bisschen auf den Kaufpreis an. Wie gesagt, ich habe ein Video dazu gemacht. Ich verlinke dir das oben so in der Karte. Schau dir das also gerne nochmal an, wenn du wissen willst, wie man das grob abschätzen kann. Aber ich zeige dir hier trotzdem noch eine Möglichkeit, wie man zumindest mal ein erstes Gefühl dafür bekommen kann, auf einen schnellen Blick. Und zwar können wir uns zum Beispiel mal anschauen, wie die Bewertung des Unternehmens in den letzten Jahren zum Beispiel ausgesehen hat. Das heißt, wir können uns hier verschiedene Dinge angucken. Wenn du zum Beispiel jetzt hier einfach mal das Kurs-Buchwert-Verhältnis dir anschaust im Vergleich zur Vergangenheit oder das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Selbst du kannst aber auch mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis machen. Ich habe das hier auch nochmal in Balken-Diagrammen. Also wenn wir uns hier die Mittelwerte mal anschauen, dann kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das Unternehmen günstiger oder teurer bewertet ist als in der Vergangenheit. Und bei guten, stabilen Unternehmen, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier stabile Unternehmen uns aussuchen, kann man diese Art der Bewertung machen. Ich kenne auch viele Leute, die damit sehr gut fahren, einfach die Firmen dann zu kaufen, wenn sie nach zwei, drei dieser Kennzahlen günstiger bewertet sind als in der Vergangenheit. Ansonsten, wie gesagt, musst du einen fairen Wert berechnen, wo du ein bisschen mehr Arbeit reinstecken musst. Das Video hatte ich dir verlinkt. Und wenn du die Kennzahlen hier suchst, dann kannst du zum Beispiel auch auf Morningstar gehen und unter hier Valuation, also Bewertung, reinschauen. Und dann findest du zum Beispiel für diese Kennzahlen auch hier das Preis-Earnings, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Preis-Cash-Flow-Verhältnis findest du auch. Und Kurs-Buchwert-Verhältnis findest du auch. Und sowohl hier oben auch noch das Preis-Sales, also das ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Du siehst das hier in der Vergangenheit für die ganzen Jahre, siehst ja auch sogar einen 5-Jahres-Mittelwert. Und wie die aktuell bewertet sind, kannst du so direkt sehen, ist es teurer oder günstiger. Und wie gesagt, bei stabilen Unternehmen ist das definitiv eine gute Art und Weise, schon mal einen ersten Eindruck davon zu bekommen, ob das Unternehmen teuer oder günstig ist. So, jetzt haben wir ja ziemlich lange geredet. Das war ein relativ langes Video, aber es war mir wichtig, hier mal so einen kleinen Einstieg zu geben, wie du wirklich auch auf einen schnellen Blick schon mal einsteigen kannst, die Aktienbewertung, wie du die wichtigsten Dinge aus meiner Sicht zumindest, die ich jetzt nach 13 Jahren des Investierens für mich rausgefunden habe und das ist auch kein Geheimnis, die Warren Buffett auch predigt, die man nutzen kann, um wirklich einen schnellen Eindruck zu bekommen. Und ich behaupte mittlerweile, dass du damit wirklich 80 bis 90 Prozent der Analyse abgedeckt hast. Wenn du noch mehr rausfinden willst, dann empfehle ich dir, auf meiner Seite mal vorbeizukommen. Da habe ich auch ein Programm aufgelegt dafür. Und ansonsten die Seiten findest du unter der Videobeschreibung, wo du die ganzen Informationen findest. Wenn du mein Tool dafür nutzen möchtest, dann findest du das ebenfalls unter dieser Videobeschreibung. Das habe ich mir eben ebenfalls gebaut, um mir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Das heißt, hier kriegt man die Daten direkt ausgewertet mit rot-grün und auch optisch-visuell. Und weiterhin gibt es hier natürlich auch noch eine kleine Fundamentalanalyse, wo die Kennzahlen direkt grün und rot markiert werden, mit einem Kommentar zum Beispiel. Und natürlich hat man auch eine grafische Darstellung der ganzen Werte, die ich da eben für gut halte, sowie den Geschäftsabschluss. Und man kann hier auch eine Bewertung durchführen, zum Beispiel mit dem Discounted Cashflow-Verfahren. Und für Nike zum Beispiel wäre jetzt hier ein Kaufpreis herausgekommen, der so im Bereich von 107 bis 117 US-Dollar liegt, als fairen Wert. Und aktuell liegen wir leicht darüber. Aber das Tool findest du, wie gesagt, unter der Beschreibung, wenn du die Arbeit ein bisschen einfacher machen willst. Schau es dir gerne mal an. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, dann mach das gerne. Wir machen demnächst noch ein Video, wie man in die Bilanz zum Beispiel ein bisschen intensiver noch einsteigt. Und wenn du das nicht verpassen willst, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, dein Christian. Bis dahin, dein Christian.